Ja, wenn du dich angesprochen fühlen solltest, dann lass mir einfach einen Kommentar da, dann sehe ich mir deinen Kanal an. Jo, willkommen bei Nini Gaming, lieber Nini Aner. Ich habe ein neues Projekt und das werde ich euch jetzt vorstellen. Ist ganz, ganz, ganz einfach zu verstehen. Und zwar, ich möchte kleine YouTuber unterstützen. Wir kleinen YouTuber haben es einfach schwer ein bisschen bekannter zu werden. Dieses Problem kennt jeder, der sich mit YouTube befasst und der selber einen Kanal hat und jeden Tag schaut auf die Abozahlen und sich denkt, oh fuck, da geht nichts weiter. Jo, das Problem kennen halt alle. Außer halt so Größen wie Gronkh und Saraza, die haben gewiss auch mal klein angefangen, aber hatten sicher den Vorteil, wie YouTube noch jung war und alles neu war, dass sie da einfach einen besseren Start hatten. Und heutzutage gibt es eigentlich schon so viele Kanäle, so viele Dinge jeden Tag und da ist es einfach schwer. Was möchte ich mit meinem Projekt? Ich werde mir immer wieder einen Kanal raussuchen, werde dann ein bisschen Videomaterial und so weiter über diesen Kanal zusammenstellen mit allen dazugehörigen Verlinkungen, werde das Ganze dann bei mir hochladen und diesen Kanal eben genauso supporten. Was erwarte ich mir natürlich von meinem Gegenüber? Ganz einfach, dass er dieses Infovideo bei sich auch hochlädt auf dem Kanal mit Verlinkungen und dergleichen, denn man unterstützt sich schließlich gegenseitig. Jo, wenn du nicht angesprochen fühlen solltest, dann lass mir einfach einen Kommentar da, dann sehe ich mir deinen Kanal an und dann können wir da sicher irgendwie zusammenfinden. Das Projekt starten, damit du ungefähr eine Ahnung hast, wie das Ganze ausschauen soll und wird, werde ich dann mit meinem YouTube Partner, mit Gaming Creed, also mit dem kleinen Henry, mit Rikidiki und Mahandi. Das sind meine drei Partner, mit denen werde ich beginnen und dann werde ich laufend eben neue Kanäle vorstellen. Jo, und bis dahin lehne ich mich zurück in meinem eisernen Stuhl und genieße die Welt im Zeitraffer. Bye!